Herzlich willkommen zu meinem dritten Video dieses Jahr. Und ja, ich würde mal sagen, Gerd war beim Arzt. Guckt euch das mal an. Und? Was sagt der Arzt? Jo, der hat gesagt, ich soll noch einen Stuhl, eine Sperne und eine Urinprobe abgeben. Ja, das ist doch gar kein Problem. Bring ihnen doch einfach deine grüne Korshose. Ja, da war Gerd beim Arzt und Helga, ja, die haut da natürlich Dinger raus. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Abonniert meinen Kanal, das kostet nichts. Lasst ein Like nach oben da, also einen Daumen nach oben. Und geht mal nach unten rein, da verlinke ich euch die Crazy Jani, der hat auch ein neues Video. Und dann sage ich, bis nächsten Samstag.